Also Leute, ihr werdet jetzt den geilsten Flecken erdlich sehen und den Friedl, der einen absolut tollen Platz gefunden hat. Es ist unglaublich. Grenzübergang, Schönding, Eger. Mitten im Wasser quasi. In der Tschechischen Republik. Seid gegrüßt. Das ist ein Dram. Also der Stuhl stand schon da, den haben wir nicht mitgebracht. Nein, der war einfach da. Aber das ist wie gemacht. Das ist total irre. Glaubt einem wieder keiner. Doch, wir haben sie jetzt auf Video. Das ist unglaublich. Unglaublich und auch nicht unglaublich. Es ist wirklich wahr. Das ist schon unglaublich. Schön. Mitten im Wasser quasi. Da bleibe ich jetzt. Muss ich allein Glühwein trinken? Ja. Das ist jetzt. Ich bin wahrscheinlich. Ich bin schon, ich bin ich. Bir, ich bin ich. Aber erst mal. Fertig. Und dann.